Im Londoner Stadtteil Soho gibt es eine Besserungsanstalt für gefallene Mädchen. Eine Stiftung der Lady Perkins. Sie fühlen sich doch alle wohl hier. Eine geheimnisvolle Serie von Verbrechen an jungen Mädchen schildert der Film Der Buckle von Soho. Achtung! Hier spricht Edgar Wallace. Die mörderische Jagd geht um ein Millionenvermögen. Miss Wanda Mervil erklärt sich bereit, das Erbe ihres Vaters, Lord Donald Perkins, anzutreten. Sie haben es gehört. Ist der unten? Ja. Die Mädchen? Im Schlafsaal. Ich? Ja. Sie. Kaltblütig plant man den perfekten Mord. Aufmachen! Aufmachen! Wer ist an diesem eklatanten Versagen der Polizei schuld? Ich nicht. Sondern wer bearbeitet den Fall des Bürgers? Einer meiner besten Leute. Inspektor Hopkins. Hilfe! Das ist Miss Mervils Pass. Aber Sie sind nicht Wanda Mervil. Wer sagt Ihnen denn, dass die Dame, die sich gestern bei Ihnen als Miss Mervil ausgegeben hat, nicht eine Betrügerin macht? Ein erregender Kriminalbericht nach einem Originalroman von Edgar Wallace. Für wen tötet der Buckle von Soho? Niemand entkommt der tödlichen Falle. Wer wird das nächste Opfer sein? Wo ist er? Er ist überall. Dieses sogenannte Heim ist ja schlimmer als ein Zuchthaus. Die Wärter sind ohne Herz und Gefühl. Ein Kriminalist sollte keine Gefühle haben, mein Lieber. Sondern hier! Was war denn das? Da hat doch ein Mensch geschrien. Der Bürger hat wieder zugeschlagen. Wieder ein Mädchen. Und wieder erwürgt. Es ist gefährlich, hier nicht mehr gebraucht zu werden. Hören Sie, ich werde hier festgehalten gegen meinen Willen. Ich habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Sie hat etwas herausgefunden. Was hat sie mir nicht gesagt? Ich rufe im Auftrag von Wanda Mervil an. Sie ist... Die Angst verschließt allen den Mund. Ich denke ja nicht daran! Wer redet, stirbt. Verstehen wir uns jetzt? Als Farbfilm ein neuer Höhepunkt der berühmten Edgar Wallace Serie. Jagd auf eine Millionenerbin. Das bedeutet, irgendwo in London gibt es eine echte Wanda Mervil, die in größter Gefahr ist. Der Buckliger hat mich verfolgt. Das ist doch unglaublich. Da bin ich ja der Retter in der Not. Haben Sie keine Angst. Ich beschütze Sie. Der Gegner! Wo bleibt der Gegner? Jede Verbindung nach draußen ist verboten und wird bestraft, streng bestraft. Das gilt nicht nur für dich, sondern für alle. Habt ihr verstanden? Im Allgemeinen sind die Mädchen rechtartig und folgsam, nur... Was nur, David? Ja, weißt du, manchmal wünschte ich mir, sie wären mir gegenüber etwas aufgeschlossener und freier. Mit unschuldigen Mädchen treibt ein skrupelloser Verbrecher ein gefährliches Spiel. Mit hohem Einsatz. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Nein! Was soll das? Was machen Sie mit mir? Wer ist der Buckliger von Soho? Sensationelle Lösung überrascht auch Sie!